so hallo leute was geht ab herzlich willkommen bei einem neuen video cruz ist wieder am start und wo springen wir ab so weit glaube ich kommen wir nie rüber mein georgopol bietet sich an oder das werden wir nicht die einzigen sind die da auf springen schauen wir ja das stimmt ja schon einfach zu georgopol darüber wo wir jetzt vorher waren passt dann machen wir das dann springen wir mal ab wo ist denn das ist da drüben ja das glaube ich auch weil die georgopol ist nein gehen wir dorthin oder gehen wir da rauf schau gehen wir da rauf ja das sind einige ich habe mich noch nicht umgedreht ja ok genau vor mir sind schon mal zwei ich drehe ab und und schaue dass ich da hinkomme gut dahin schaffe ich es einmal locker das ist kein problem gut dahin schaffe ich es einmal locker das ist kein problem also ein auto haben wir mal safe in der zonenwärmer oder wirklich naja stimmt ja ich wollte gerade sagen rucksack brauche ich noch ich habe nichts außer noch und da war zählen da drüben steht ein paar Jahre hoch ok also wir würden weg kommen in die anderen häuser auch schon oder nein das ist mein erstes haus eigentlich rechte drin rein ein helm ein helm das war es das ist doch auch ein schönes oder ja kann mich mit dem kopf wehren aber mit sonst nichts uh das ist ein neister helm und was haben wir da S12k damit kann man auch schon mal arbeiten wenn du noch einen helm brauchst ein Rucksack ist auch noch von mir wirklich Rucksack? ja Rucksack hole ich mir sehr geil ah da steht das Auto ok wo das Auto drin steht weißt du schon? ja da war ich überall schon da liegt eine Pistole ja die habe ich nicht genommen weil du kannst überall noch reinschauen es liegt noch ein bisschen Zeug drinnen dass ich es nicht genommen habe was liegt an Zeug drinnen? ja Pistole und Munition dafür und so weiter ich laufe mal zur gelben Markierung rüber ok warte warte da liegt an was was denn? das KL ja das kann auch sein wie sieht lauend aus also bei mir steht auch um an an ich renne die falsche richtung hehehe Motorrad steht da auch um also wir würden auf jeden fall weg kommen aber wir müssen nicht weg weg fahren wir werden da zu uns sind also Suche habe ich noch gar nichts ok Dach warst wahrscheinlich auch oder? du ich war eigentlich überall drinnen denk ich mal glaub ich mal steht schon wieder am Buggy also so viele Fahrzeuge wie jetzt habe ich eigentlich noch nichts ja das ist ja Wahnsinn gell und wenn es eins brauchst naja dann hast du nichts ah shit 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 von wo schießt der? ja da fick dich Hauerer nein komm sie was machst du? ich bin gerade am sterben komm sie ich bin zu weit weg um dir zu helfen ich weiß nicht von wo er schießt ich könnte eh nur beim sterben helfen und ich habe nichts zum heilen oh da ist einer oh ich bin tot meine Fresse hat es mich gerissen ich habe mir gedacht das kann es nicht sein weil da ist einer da ist die Tür offen ja ich bin ich bin tot eigentlich ich brauche unbedingt was zum heilen weil sonst bin ich eigentlich tot ja ich bin tot und ich habe mir noch gedacht pass auf da ist die Tür offen und dann steht der da ja beobachten ja beobachten ich habe jetzt nur mein Problem ist ich habe keine Ahnung von wo der wirklich geschossen hat überhaupt keine Ahnung der hat mich am Dach oben erwischt ok ich habe keine Suche ich habe gar nichts ich kann nur sagen bei mir war mindestens einer mindestens einer war bei mir achso eben die gelbe Markierung hm hast du als Fuß rüber geredet oder was? ich bin als Fuß rüber geredet oder was? ich bin als Fuß rüber geredet ich schau vielleicht kann ich dich rächen vielleicht ja warst du da in der Hüte drinnen und der kleine? da war ich drinnen ja da ist nichts mehr da war verbahnt verbahnte habe ich gehabt aber die wird man wahrscheinlich gelootet haben wahrscheinlich schätze mal tief Wasser hat er liegen lassen einfach so kann natürlich auch sein ah Auto das kann natürlich der gewesen sein ja der wird jetzt darüber fahren wo du schon warst ja hätte da irgendwas übrig lassen was ich brauchen könnte ja vielleicht vielleicht hat er auch bei mir nicht nachgeschaut was ich habe was ich zwar nicht glaube da ist einer shit und im Haus ist auch einer drinnen im Haus ist auch einer drinnen ja wo ist er? wo ist er? da ist er? da ist er? da ist er wow das war knapp ah shit ah shit und das war es glaube ich mit dir die sind ausgestiegen die sind ausgestiegen aber wohin? beim Baum sind es da ah die hätten dich fast überfahren aber ja ich weiß nicht ich weiß es nicht ich sehe es nicht ich glaube das Links sind nur beim Baum sind du scheiße du scheiße ich kann es da nicht sagen wo die hin sind wo sind die hin? sind die wieder ins Auto reingestiegen? ja das Auto ist auch verkehrt runter gefahren oder? unterbrutscht ja vielleicht sind die wirklich runter gegangen oder die haben mich wirklich gar nicht gesehen? das kann auch sein weil die schießen und die schießen glaube ich sich gegenseitig da unten ab hau Gott dich hin leg dich hin da oben ist auf jeden Fall einer mal im Haus ja bleib da liegen weil sonst jetzt wäre Suche extremst geil ja das ist die Pumpkan gell? ja oder? das ist die Pumpkan ach so ja da hinten da hinten und zwei sind da unten ok hast du gerade geschossen? ja hast du gerade geschossen? ja ja ok er fährt den Berg auf ja der will dich überfahren nämlich komm Konsti komm Knun komm schon scheiße Ziel das Ziel ist bei dem Spiel ganz ehrlich das ist das ist Wahnsinn ganz ehrlich das ist Wahnsinn du da oben runter schießen wenn du keinen Sucher hast ja na gut nächste Runde vorbei ja geht geht eigentlich ziemlich schnell ja geht ziemlich schnell jo Leute wenn dir das Video trotzdem gefallen hat Daumen nach oben abonnieren kommentieren und wir sehen uns dann auf nächstem Mal danke fürs einschalten tschüss bis dann ja was bis dann bis dann ist